So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Paper Mario. Da wir ja die zwei Bomben suchen müssen, müssen wir erst wieder zum Ort, wo wir zuvor waren. Und ich habe mich aber auf dem Weg gemacht. Ja, nach diesem Bad glimmerisch. Wir sind schon fast dort. Und ich habe mir mein Google Bild rausgesucht von der Bombe, welche die zweite ist, der General. Und dann dürfen wir nach Blütenpfeiler wieder gehen. Jetzt müssen wir nur noch den goldenen Bombe-Tip finden. Okay. 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 Entschuldig. Dann müsste die Links jetzt aber nach Düsterdorf führen, wenn ich mich nicht täusche. Ach ne, Bubus. Okay. Dann müsste das hier vorne aber dann der Blütenwald sein. Genau. Ich meine hier drüben irgendwo hatte ich die Bombe gesehen. Na, der hat doch hier gestanden und hat gewandert. Fragen wir mal den Bürgermeister. Oh Mann, ja. Was, General Bombom? Ja, der Alte. Der hat hier mal gewohnt, aber in letzter Zeit sieht man ihn nicht mehr. Hat er nicht gesagt, er will auf eine Insel im Süden oder so. Isla Maria oder so ähnlich. Das war wohl der Name der Insel, wenn ich mich korrekt erinnere. Isla Maria. Ja, klar. Dann müsste das hier, die Röhre gewesen sein. genau und hier müssen wir jetzt die leute fragen general pompo der war bis eben noch hier ist aber verschwunden hat noch etwas gesagt von wegen arena oder so jetzt dürfen wir nach valkenheim ihr seht schon woraus woraus das hinausläuft jetzt viel aufarbeit und sonst gar nichts ich werde dann hier auch eine kurze zeitraffer machen bis wir in falkenheim sind dann sehen wir uns gleich wieder dort wir sind ja auch in falkenheim jetzt müssen wir gucken wer mir ansprechen können für den general bombo vielleicht die rate hier draußen im haus oder gehen wir drinnen im büro fragen hey du bist doch der ehemalige champompa luigi oder dort ist jetzt die managerin wenn du mit ihr sprechen willst findest du in ihrem büro jetzt weiß ich du willst wieder kämpfen oh man das ist ja super kämpfen muss nicht sein ich möchte nur mit der staffin reden hast du willst wieder kämpfen der freut mich bitte geh ins büro dritz kobe ist eine managerin wir würden sich freuen wer ist da hast du schon mal was zum anklopfen gehört oh du bist das bombo schön dich zu sehen nachdem du mein meister gut abgelegt hast ist die zuschauersaal sehr gesungen ich dachte schon wir müssen das geschäft aufgeben aber oh eh das hat sich wieder den titel des champions erkämpft ich habe ganz schön damit zu tun geladen hier zu leiten wo willst du vielleicht wieder kämpfen deshalb bist du hier ja bestimmt so ist es auch sagt schon super ich wusste dass wieder kommen wird es alles für dich vorbereitet verzeihe mir aber deine registrierung wurde storniert das bedeutet du startest wie der neue empfänger der zweiten liga keine ausnahmen regels regeln ich nehme mal seine registrierung als kämpfer entgegen das ist das was ich eigentlich nicht wollte ich suche eigentlich einer hier oder jemanden der bescheid weiß über den über die bombe vielleicht in der bar da draußen mal da liegt sogar draus genau ich weiß diese weiße bombe er war schon oft aber in letzter zeit habe ich nicht mehr gesehen jetzt wurde es danach fragt er hat etwas über einen großen baum erzählt gut dann sehen wir uns gleich wieder wenn ich bei den boobus bin bis in die nächste zeit raffer so und da sind wir auch wieder bei den boobus geben wir mal die älteste fragen ob sowas von der bombe bescheid weiß obwohl da ist immer noch zu flausen im kopf schon wieder ein moralpredigt weiß keiner hier bescheid hast du suchst keine bombe ja da kenne ich der weiße bombe mit dem richtigen bart aber der ist nicht mehr hier er wollte an irgendeinem ziemlich düsteren ort gut jetzt geht's ins finsterdorf bis gleich ja wieder eine kleine zeit raffer ja also da sind wir auch im düsterdorf geben wir mal den vorstehen entsprechen der war glaube ich hier im haus oder da müssen wir kurz suchen nein auch nicht aber hier hat er ah da ist er doch das ist unser mario seit diesem vorfall mit dem schwein sind wieder sehr 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 vorsicht gewonnen natürlich erinnern sich alle an das was du damals für uns getan hast der weiß nicht wo es ist der hier vielleicht du bist doch der helden des dorf ist der große mario na das hört sich gut an oder das generale bombe ja den kenne ich das ist doch diese weiße bombe bis vor kurzem war hier bei uns im dorf wenn er gegangen ist ja das weiß ich nicht genau erschien irgendwie müde erschienen müde entweder ist er nach hause gegangen oder ins dorf hm was machen wir jetzt wir versuchen es mal mit dem großfrostheim wir werden jetzt auch mal alle gegner so gut es geht überspringen wenn ich im kampf komme wird geflüchtet so gut es mir möglich ist definitiv flucht gegen vier von den dingen möchte ich nicht kämpfen so dann gucken wir mal ob das sein haus ist nein versuchen wir mal das aus das ist eine einkaufshalle da guck mal an da schläft er er scheint zu schlafen willst du ihn wecken ja er wird nicht nach willst du noch einmal wecken ja er wird nicht nach willst du noch einmal wecken ja was ist denn los siehst du nicht dass ich müde bin trost brauche ich auch keinen ein pop-up ohne träume und wünsche das bin ich moment dieser bat diese mütze dazu dieser hammer mario ich hab dich schon überall gesucht warum naja ich will die große konone wieder abfeuern mein job hatte ich verloren die lust am leben auch und da bin ich dann los ich war bei wahrsagen wohligen der sagte der mann der deine wünsche füllen kann hat einen am auf der mütze er trägt einen schnauzblatt und einen großen hammer was ich soll die kanone abfeuern damit die welt retten aber hallo der wahrsager hatte recht und ich schlafe hier ich mache sofort die kanone bereit sag inzwischen dem bürgermeister bescheid ich bin so aufgeregt ich könnte sofort explodieren also los schießen wir euch auf den mond sauberer arbeit pumper folgt mir ganz einfach hier entlang einfach mir nach in ordnung stellt sich dahin genau bum bum alle bereit für den ab ab für das abfeuern der großen kanone vertrauen sie meine fähigkeiten bürgermeister alle hergehört wir laden die abschusssequenz ein alle mann auf position und zu befehl system starten bestanden starte system system gestartet system check system check läuft system einsatzbereit vorbereitung für abschüsse der großen kanone beginnt ab jetzt außentor öffnen kann das ist ja wirklich eine komplexe große bombe kann ohne alles klar zielerfassung ziel lautet mond ausrichtung 75,38 neigungswinkel 75,66 entfernung 389 603 wenn stärker 108 korrektur ausrichtung 303 korrekte neigung minus 2.39 ziel erfasst luke öffnen es ist soweit in die pulverkammer ach du kacke luke schließen kann ohne bereit zum abschuss stand bei ok also los feuer fiel a volk mario fiel a volk mario fiel a volk mario no freu a volk mario fiel a volk mario dieser ritt war wohl absolut unglaublich das ist also der mond also gut bombe schnappen wir uns die sternjuwäle und die prinzessin sieht hier so rissig aus dann gebe doch da war so ich würde aber mal sagen wir werden hier die folge ihr habt ja gesehen wie langwierig das jetzt war und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder auf wiedersehen